Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute ein super cooles Set hier für euch. Das ist ein asiatisches Knete-Set. Schleim- und Glibber-Set eigentlich, glaube ich, um genau zu sein. Es sieht sehr, sehr glibberig aus. Und ich sehe ganz viel Glitzer und super niedliche kleine Figürchen. Das Set hat so einen kleinen Griff hier oben. Man kann das also tragen wie ein Koffer. Und ich glaube, da sind noch ein paar andere Sachen mit drin. Das schauen wir uns natürlich jetzt mal sofort an. Ich sehe hier einmal, das könnte so eine Bananenstaude oder so sein. Dann sehe ich hier ein Förmchen. Das sieht aus wie ein Flugzeug. Das ist anscheinend so ein kleines Werkzeug, mit dem man das Ganze bearbeiten kann. Und was ist das? Das sieht aus wie Strohhalme. Ah, hier ist noch ein kleines Förmchen wie ein Schiff. Und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Strohhalme. Und noch ein weiteres Werkzeug. Also ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich zweifle gerade schon, ob es überhaupt Schleim oder Glibber ist. Ich öffne das Ganze jetzt einfach mal. Hier ist so ein kleines Äffchen oder so drauf. Happy Easter. Hat das irgendwas mit Ostern zu tun? Ist doch, es ist Glibber. Was hat das denn mit Ostern zu tun? Vielleicht kann man daraus Ostereier formen. Ist es auf jeden Fall richtig schöner Glibber. Kann man auch so ein bisschen auseinanderziehen. Ganz vorsichtig, aber der reißt auch ganz schnell. Fühlt sich ganz kühl an. Und hat eine intensive, leuchtende Farbe. Ich versuche jetzt mal, da mit so einer Form was zu formen. So, den Rand nehme ich mal wieder ab. Und ja, es ist ein Schiff. Auch sehr gut zu erkennen. Also lässt sich sehr gut formen. Aber so schnell wie man es formen konnte, zerfließt es auch schon wieder. Ich kann ja nochmal versuchen, so ein Flugzeug selber zu machen. Noch erkennt man es als Flugzeug. Aber, wie ihr vielleicht schon seht, es zerfließt ganz schnell. Und auch jetzt würde ich sagen, kann man es schon nicht mehr als Flugzeug zurückerkennen. Naja, aber man kann es auf jeden Fall gut formen. Und es macht Spaß. Formen wir auch noch schnell ein paar Bananen. Wenn es Bananen sind, vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Also der gefällt mir auch schon mal sehr gut. Aber was man jetzt hier mit diesen Strohhelmen machen soll, das weiß ich überhaupt nicht. Vielleicht auch irgendwie formen. Vielleicht kann man damit so kleine Glibberwürmer selber machen. Und hier damit kann man das natürlich dann auch formen. Hier ist es so ein bisschen geriffelt. Hier ist es eine kleine Spitze. Eine kleine Kugel zum Formen. Und damit kann man wahrscheinlich so ein bisschen was hochnehmen. Jetzt schauen wir mal, was hier sonst noch alles so mit dabei ist. Wir erkennen ja schon die Farben. Es ist einmal Neon Pink. Und da steht auch wieder Happy Easter, Frohe Ostern von Soup Toys. Dann haben wir hier durchsichtig mit Goldglitzer. Blau mit Goldglitzer. Grün ist dabei. Das ist nochmal durchsichtig, aber ich habe das Gefühl, das ist mit so einem ganz leichten Blau-Grün-Schimmer. Also dieses ist auf jeden Fall durchsichtiger und dieses ist ein bisschen gräulich. Dann haben wir Lila. Auch eine ganz tolle Farbe. Es ist gelb dabei. Es ist, ah, das ist ein Dunkelrot. So einen Schleim habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Coole Farbe. Und es ist noch ein weiteres Döschen Pink dabei. Das ist eine ganz ähnliche Farbe. Und es gibt noch eine dritte Dose, die hat auch eine ganz ähnliche Farbe. Ich finde, die sind fast gleich. Und hier ist nochmal eine ganz andere Farbe. Das ist zum Türkis-Grün. Also ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Farben. Und Pink gibt es dann doppelt. Also insgesamt zwölf Dosen, mit denen man etwas formen kann oder mit unseren Werkzeugen. Ich werde jetzt mal versuchen, ob man irgendwie diesen Strohhalm da auch was machen kann. Vielleicht, wenn man das hier so durchsticht. Hm, nö. Vielleicht hat einer von euch eine Ahnung, was es mit den Strohhalmen auf sich hat. Dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber selbst, wenn man nicht die Strohhalme verwendet, es sind coole Glibbersorten in richtig, richtig coolen Farben. Und es ist auch das erste Mal, dass ich sowas ausprobiert habe, das so zu formen. Und es lässt sich wirklich sehr gut formen. Oh, das sieht jetzt nicht so gut aus. Aber das Schiff habt ihr ja eben gesehen. Also, alles einmal hier rein. Und dann haben wir ein Glibberschiff. Da kennt man jedes einzelne Fenster. Ja, super cooles Set. Überall ist dieses komische kleine Äffchen drauf und irgendwas mit Ostern. Das wundert mich ein bisschen. Aber sonst, super, super cool. Schön zu kneten und rücht auch ganz gut. Für Schleim einen relativ guten Geruch. Ich hatte ja in letzter Zeit viel Glück mit den Gerüchen von Schleim. Wir hatten damals schon mal echt eklige Schleimsorten. Aber die sind echt ziemlich cool alle. Besonders gefällt mir, dass es eben so coole, intensive, leuchtende Farben sind. Und dass da überall Glitzer mit drin ist. Schön zum Formen, zum Kneten, als Anti-Stress-Knete oder einfach zum Spielen. Was sagt ihr dazu? Vielleicht möchtet ihr auch in die Kommentare schreiben, welche Farbe euch am besten gefällt. Ob ihr eine Ahnung habt, warum hier diese ganzen Strohhalme dabei sind. Und gerne alles unten reinschreiben. Ich habe ja echt schon angefangen zu zweifeln. Ist es überhaupt Schleim, als ich diese ganzen Strohhalme gesehen habe? Echt absolut keine Ahnung, was die da sollen. Wenn ihr es wisst, gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Sonst gerne auch einen netten Kommentar da lassen. Einen Daumen nach oben da lassen. Und schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Unsere anderen Schleim- und Glibber-Videos. Oder unsere vielen anderen Spielzeug-Videos. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da. Klickt auf die kleine Glocke, um kein Video von uns zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020